Jetzt ist Shuttle Und hier der AP Amphibious Racer Wieder unter leichten Beschuss Der Feind hat diesmal größere Raketen dabei Wieder unter leichten Beschuss Aber es scheint so als wäre es diesmal ein stärkerer Beschuss Jetzt unter die Reifen Ja und Treffer Und auf der Flucht noch Schafft der Amphibious jetzt zu pflichten Schafft er es zu pflichten Schafft es aber nicht Und weiter Aber jedesmal durch das Wasser Er flieht Kommt er vor den Beschuss davon Er wird noch weiter beschossen Der RC Amphibious unter leichten Beschuss Schafft er es auf die andere Seite Er ist auf dem Weg zur Flucht Er kämpft sich durch das Wasser Hat er den Feind abgehängt Oder kommt wieder ein leichter Beschuss Er ist wieder unter leichten Schmerz Ich glaube, den Feind ist die Munition ausgangen. Jetzt die endgültige Flucht durch das Wasser. Er flieht in den Illa River. Und so es aussieht, geht den RC-Amphibios die Kraft aus. Aber die Flucht ist gelungen. Erwin Horns Truppen konnten hier nicht verfolgen. Das ist eine EHK-Truppe.